Wie lange dauert das denn noch? Na, solange es dauert... Los, der Kierpachos! Ich hab mit euch Arschlocher nichts zu tun! Weißt du, dass du tot bist? Ist das hier die Hölle oder ist das der Himmel? Nichts so Definitives. Sie haben drei rausgefischt, aber sie glauben, dass ein vierter dabei gewissen ist. Auf jeden Fall halten sie ihn für, für tot. Wer tot ist, hat ungeahnte Möglichkeiten. Es ist eine ganz einfache Sache, wirklich ganz einfach. Diese Villa da oben kann dein Leben verändern. Und meines auch. Er wird uns nicht bescheißen. Wir können doch miteinander reden. Unser Freund kennt den Weg und wird uns zum Schatz führen. An die Arbeit. Es ist aber kein Geld drin. Wer hat denn von Geld geredet? Ich werde aus diesem Scheißloch nicht abhauen ohne das Geld. Ohne mich ist es unmöglich, hier rauszukommen. Versuchen wir, einen guten Eindruck zu machen. In Ordnung? Ich will endlich wissen, was hier läuft. Das ist eine lange Geschichte. Versuchen Sie es kurz zu machen. Das ist eine lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Versuchen Sie es kurz an.